Sie haben mal eingekreist für Sie die Onboard-Kamera. Und achten Sie mal drauf, die wird überhaupt nicht, kommt mit dem Boden nicht in Kontakt, sie bleibt unbeschädigt, bleibt oben auf dem Überrollbügel. Das heißt, er hat Glück gehabt, das Auto hat sich in einem anderen, in einem günstigen Winkel überschlagen, wenn man es so formulieren darf. Kriegt man dieses Auto, Bernd, wenn Sie es so sehen, wieder fit? Bis morgen? Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017